Das Reisewetter am Freitag 28. Juni In Budapest wird es am Freitag leicht bewölkt und sonnig. Die Temperaturen sollen bis auf 31 Grad steigen. In Debrezin bleibt es leicht bewölkt und auch die Sonne lässt sich blicken. Die Höchsttemperaturen sollen bei um die 30 Grad liegen. Auch in Gür wird es am Freitag sonnig und nur leicht bewölkt. Die Temperaturen können bis zu 30 Grad ansteigen. In Hewis bleibt es bewölkt, in den frühen Morgenstunden muss mit Nebel gerechnet werden. Die Temperaturen können bis zu 29 Grad ansteigen. In Pech wird es sonnig und nur leicht bewölkt, bei Höchsttemperaturen bis zu 30 Grad. In Saget wird es am Freitag bewölkt. Die Sonne lässt sich ab und zu blicken und am frühen Nachmittag kann es zu Regen kommen. Die Temperaturen sollen auf 30 Grad steigen. In Mischkohls wird es bewölkt. Ab dem frühen Nachmittag kann es immer wieder zu schauen kommen, bei Höchsttemperaturen bis zu 28 Grad. Einen Appetit Die Temperaturen Vielen Dank.